Was kannst du dir aussuchen, was du von den beiden Sachen hermachst? Oh ja, das war nur bei Motorrad Führerschein machen damals, Alter. Ich hab mich mega drauf gefreut, jedes Mal, aber ich war trotzdem mega aufgeregt, Alter. Ja, ja, genau. Der Messer habe ich mir fast in die Hose gekackt, Alter. Ich finde, das ist ganz, ganz schlimm, ne? Weiß ich nicht, auch so Unterrichtsbesuch oder sowas? Das ist jetzt nicht mal so krass, aber als ich meine Masterprüfung hatte, da war es ganz schlimm gewesen. Da bin ich halt logisch 80 mal die Nacht im Moment, wenn man das macht, also mich dann einfach schön ohne Wecker aufwacht. Wo macht man das kurz, was macht der überhaupt? Hm? Das strahnt dein Mana weg. Warum bist du denn so klein? Ist immer so. Immer da. Echt? Du hast jetzt größer in der Euro. Wo ist Sammy afg? Vielleicht wird die Euro nicht größer mit leveln oder so, keine Ahnung. Ich mach gleich Hausaufgaben, dann gehe ich auf. Ich bin überhaupt nah. Ach, deshalb ist drückenstehe die ganze Zeit so Agro. Ne, Agro war ich von wegen, weil ich einfach nur gegen Behindertes Team gekämpft habe. Und war ich versetzt worden. Ach, ich doch. Ja, Urs, ich hoffe, das machst du die ganze Zeit aus dem Busch raus gleich. Hopp. Was macht denn meine Schild hier auch? Was macht denn meine Schild hier auch? Hm, delicious damage. Ich will gleiche Backlashen. Mal weiche mit Mark aussehen, glaube ich. Na, 1,30 Meter. Oh, ich glaube, ich hab mein Schild. Ja, das wird schon. Also, ich brauch da was halt nicht machen, ich muss mir da echt dringend schnell was kaufen. Wieso, wieviel Moves wir das hast du noch? 325. Also, sogar mit meinem Passiv? Dann hab ich 345. Das hat sie wirklich ärgerlich angeführt. Boah. Äh, ist auch schön, ja was. Was? was hat denn tony eigentlich bekommen was du irgendwie er wollte dann rerollen dann werde ich ausgerost verdammt parkett parkett warum haben die gegner eigentlich immer eine beschissene niederlie schicker skin und hast du ihn gegiftet eventuell mystery oder vorsichtig mystery naja eigentlich hat ihn riot mehr geschenkt als erstes war das legendary timo oh mann toni alter toni hat sofort den hier genommen oh mann alter ich raste aus was hat toni gemacht schon wenn ich hier ja ganz ehrlich wollen wir einfach mal alle zu viert reporten ja mann ja mann lass mal machen wollen wir machen einfach mal ja also nicht sagen ich mach das wirklich dann mir reicht das einfach langsam dass alle ihn reportet haben außer ich auch dass er mir jeden fucking kill klaut aber das ist ja nicht mehr lustig ey in dem einen spiel am Ende ich dachte ich muss ihn dann töten ey das hat mich so aufgeregt ja genau das macht er mich richtig abgemüht und er macht einfach so zu weigern ihm drauf er gibt mir auch viele viele kills und weiter aber ich verteile die jedenfalls zum teil aber ihm ist es ja nicht mehr aber ihm ist es ja nicht mehr es ist ja nicht mehr lustig es ist echt rase ihn da aber der läuft auch immer nur in den dingern ne easy der läuft immer in den heels rum immer ja ja er läuft auch immer wenn er auf die lane kommt läuft er so zu hier und dann von hier läuft er dann so nach links ich verstehe es auch nicht warum macht er das ja weil er so ein lied hat das guckt ihn doch ach du hast es gar nicht gesehen so wie er aussieht so wie er aussieht genau so spielt er auch was ja was wenn du ihn siehst würdest du sagen so ja genau so spielt er richtig krass ich habe ihn über den heel die erste mana stark du lachst ist aber wirklich so ja ist tatsächlich wirklich so das passt einfach was denn jahrus hemmi nimm dir mal den heel du brauchst mana wenn ich drei leben noch habe ja du bist ein scheiß zion was ist denn noch ein heal du kennst einen zion mit einer phage ja du bist sowieso gerade ein lappes du brauchst ja nur deinen scheiß passiv welchen an die hast du jetzt angefangen und warum du bist ein bisschen zu afka äh zu agon zu afka ich bin mal afka steff das geht mir hier langsam auf den sack die aggressivität das geht mir hier langsam auf den sack das geht mir hier langsam auf den sack wollen wir zu dritt die hause zu viert ich schreibe toni an ja ihr habt die einfach nicht gesehen die hause ich hab mein ult ach nimmst du echt die problem aber ich benutze es nicht sagte die Pussy die ganze Zeit rumflame mit Sammy von Panthers ja natürlich vor allem ihr wisst es doch mittlerweile dass ich schlafe wie ein Baby wie ein Baby du kannst alle dreieinhalb ach scheiße hätten wir uns kochen sollen trotzdem aber das war einfach generell gerade ja schnitz ihn schnitz ihn schnitz ihn also hat die da gewartet natz ihn Broody jawohl Ah, Richbacke hat das Kirschblütenfest abgesagt. Was? Warum? Weil seine Mutter Geburtstag hat oder so. Wer hat das Kirschblütenfest abgesagt? Richard. Richbacke. Da kehre ich eher weniger. Der ist Chinese. Ich hab so oft mit Armen mal so keiner Chineser und so über den Tod gelacht. Weil ich mich echt, dass ich jetzt endlich einen Chinesen kenne, ne? Ja, warum bleibt ihr einfach stehen? Das ist Freespect. Na, ich merk's schon. Ich brauch Boots. Ich muss auch langsam sterben, Alter. Weg mit dir! Stark, Teddy. Spiel zum zweiten, mein Jinx ist noch besser, wo ich die ist, als Adnan. Traurigerweise richtig. Besser als Adnan zu sein ist ja auch nicht schwer, aber so. Die große Töne hier. Einfach nur hier heute richtig hardcore zu sein. Ja, das wird auf jeden Fall geuploadet, Alter. Ist mir juppe. Hallo. Ich hab gleich 3k Gold, Mann. Ja. Ah, genau da ist ne Blume. Süß. Süße Blume. Ja. Oh, ey, diese Sidesat von mir ist überhaupt schon wieder so königlich. Ich find das voll eklig, wie der Körper sich von ihm bewegt. Ist so voll so. Er hat gerade an sich getrefftet, wie sich dein Körper bewegt. Reto hat gerade angerufen. Alter, du bist richtig auf Krawall aus, der Typ. Hier holt's. Ich will abziehen. Verdammt, das war nicht clever gemacht. Ja, ich weiß nicht, dass ich auch sie hatte. Also, Sammy, das würde ich ihm übel nehmen. Na, ich hab Tower-Agro. Sammy, du hast Tower-Agro. Ja, aber du hast Tower-Agro. Geh auf den Tower, geh auf den Tower, geh auf den Tower. Ich weiß nicht, ich finde, den hätten die auch echt irgendwie besser machen können, ne? Irgendwie weißt du, den sieht so unspektakulär aus. Das ist einfach wie so ein Wurm, wie so ein Drache. Das Wurm. Das ist doch kein Drache. Guck mal, guck mal, guck mal. Dein Recall find ich cool. Hast du Recall? Du stellst dir so Smaug vor, aber das ist halt so eher ein chinesischer Drache. Ich stell mir gar nicht vor. Ich stell mir einfach irgendeinen coolen Drachen vor. Ne, ist so ein komischen Kack-Wurm. Der so groß ist wie eine Jinx, guck mal bitte. Guck mal, jetzt hast du ein bisschen von mir weg. Finde ich ziemlich cool. Ah, ah, cool. Guck mal, aber wissen nicht viele, dass eigentlich nicht das Portal im Tower ist. Guck mal, schade. Ja, ich war abgelenkt von der Ult. Ich hab fast 4k-Goyle. Ich hab immer noch top gewesen, aber der eine hat geblockt. Ah, wirklich? Ach so, ah scheiße, musst du das gut ignorieren lassen. Ja, ich hab immer wieder. Mach's durch. So, jetzt kauf ich mir... Alter! Na, Jungs, darf ich bitte sterben? Ja, gestorben. Ja, gestorben, Junge. Ich will ihn nicht. Nimm nur den hier, ich brauch ihn nicht. Oh, ich bin schnell. Ah, ich bau jetzt zur Rufe. Guck mal, die Nieder ist schon ein bisschen scheiße. Ich renne jetzt rein, Alter, das ist mir jetzt zu doof. Ich hab 4000 Gold. Ich hab immer noch getroffen. Ja, ich hab's ja getroffen. Warte kurz, ich warte kurz an Ult, ich dann renne ich rein. I'm so strong. Ich kann so Busch checken. Ich hab weit zu wenig Mana für meine Ult. Ich hatte grad drei FPS. Drei? Ja, drei. Hä? High-End-Computer. Magst du auch was im Hintergrund? Hat wahrscheinlich einen Firefox mit 300 Tabs offen. Gar nicht. Nimm du den hier, Jungs. Jo, Jungs, ich Ulte. Ich geh jetzt scherben. Ich geh jetzt scherben. Scherben. Können kommen. Oh, good job, Sammy. Wär zu Sahne gewesen, wenn ich den auch getroffen hätte. Den. Wer mag für mich blocken? Ja, aus. Habt ihr das grad gesehen, wie Toni mich geblockt hat? Ich hab mich auch schon ein paar Mal durch Blocken umgebracht. Brauchst du dir den Ryleis jetzt hier aus? Äh, Steffen? Jo. Nice. Hilfe, Hilfe, er will mich! Ich bin ein Drache. Okay. Jetzt bin ich gerollt, ey. Wie liegt irgendeine Gruber? Wo? Ist schon weg. Okay. Achtung! Achtung, was? Achtung, Toni kommt. Ich bin gerollt. Ich bin gerollt. Anyman's? Ich bin 30 Sekunden. Ich bin 30 Sekunden. Er weiß nicht. Ach, du. Ach. Oh, ich komm durch Shelly hier. Man, ein Nieder kann ja gar nix, ey. Habst du aber schon wieder getroffen, was ist ja auch mit der Oriane los? Alles so richtiger, oah. Du bist so richtiger Hänger, richtig. Ich ulti. Ich ulti doch nicht. Sammy, hier, Sammy, hier, ich flash weg, Sammy, Sammy, nimm, nein, Sammy, was brauchst du rennen? Sammy, nein. Ey, renne. Renne, renne, mach Autotech, Sammy, cool. Yes. Oh, ganz ehrlich? Ja, ja. Boah, da ist knapp gewesen, Sammy, ich bin sogar weggeflasht, ne, damit meine scheiß Sphäre den nicht töten. Ach, dankeschön. Good job. Du sehr. Du hast heute total nett. Krasses Glück, dass mein Autotech nicht rangekommen ist. Lisa, musst du deinen Crew noch aktivieren? Ich hab meinen Crew reingeschnallen müssen. Nee, das tut krass du nicht mehr aus. Oh, null care. Ja. Der hat mir auch gesagt, sie würde mir immer einen Pentacle spielen. Aber zwischen sagen und glücklich machen. Vielleicht ich es machen würde. Ich kann auch. Ich würde es ihm niemals machen. Ah, das glaub ich nicht. Als ob sie dir den Pentacle aufbben. Nee, das glaub ich nicht. Wie auch so richtig? Wie auch so richtig? Wie auch so richtig? Nimm den hier. Wie nennt sich das? Ja, komm. Du weißt, was du meinst. Keiner gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß es auch grad nicht. Das ist so ein einfaches Wort. Nicht schizophren. Ich hasse es, wenn es ein Wort nicht ist. Aber man denkt so, ja. Man kommt immer wieder aufs gleiche. Ja, genau. Aber er ist schizophrenbar. Genau. Digga sich, oh mein Gott, Brain. Du bist so behindert, warum trotz für mich jeden Tag so hart. Auch nicht prophylaktisch. Ähm, wie heißt denn dieses Scheißwort? Wisst ihr, was ich meine, Sammy? Was weißt du? Äh, beschreib es nochmal. Wenn man so ähm, so voll ängstlich ist. So voll ähm. Paranoid? Paranoid! Oh, dankeschön. Ich wusste dann doch nicht, was du meinst. Siehst du, ich bin auch mit prophylaktisch gar nicht so falsch. Das hat doch nichts mit Paranoid zu tun. Ja, natürlich. Ähm. Glaube nur ihren Worten, die sie mir gesagt hat, Jeffen. Ja, weiß auf die's ja, weiß auf die's machen. Oh, lol. Oh, ich hab kein Ulti, hab ich Ulti. Fick den! Oh Gott, alter. Ich darf hier keine Blumen laufen. Ich dachte so Angst gehabt, wie den Panther zu klauen. Das war so übel gewesen. Ich dachte aber ehrlich nicht, dass dies klappt. Das ist glaub ich, dass sie rennt einfach weg. Jo, ich dachte entweder das oder das durch meine scheiß Sphäre. Ich bin auch so extra weggeflasht. Achso, verstehe. Ja, stimmt. Ja, das ist eine Sphäre. Ich hab extra noch eingezogen. Ich hab so extra diese Lücke abgepasst, um das zu ziehen. Und bin dann weggeflasht. Geht auf den Tower! Achso, ich kann nicht. Der Garen, alter, der macht mich an. In einem Moment wunderbar. Ich denke ja auch. Please save me. Der nicht rette den. Ich mach den Tower weg. Mach ihn nass. Oh mein Gott. Schade. Ja, ganz ehrlich. Ich hab schon viele Gerüchte gehört. Ich glaub es ist wahr. Ich bin der beste Aureon-Solder-Welt. Aureon-Sold gemeistert. Der macht mega Spaß. Ich muss meine Meinung der ersten Lücke 30 revivieren. Macht doch Spaß, der Champ. Aber ich würde schon sagen, Meisterungskurve ist schon hoch. Meinst du euch? Ja, weiß ich nicht. Geht. Das Ulti find ich n bisschen so. Die Kugel machen so viel Schaden, ey. Ja genau, das ist ja krass. Du musst eigentlich nur überleben. Genau, genau. Deine Ult macht auch so ein Schaden. Das mit dem Cutter zurückwerfen. Weißt du noch, das Spiel, wo du Cutter hattest? Das war auch soo eklig. Plötzlich einmal über die heile Rettung nehmen, ey. Wenn man auch die Geschränke macht. Und hol die! Der ist da sie und Ao fest. Oh, ich hab nen Minion gebrillt. Scheiße. Ah, das war's eh. Jawoll. Diese Kugel ist zu reißen. Der ist einfach nur stumpf auf den Tower kloppt, Alter. Outer Limit? Outer Limit? Was ist ja Outer Limit? Blub, blub, blub. Doni ist eh tot. Nach hinten. Der kriegt echt den Tower. Der macht weiter auf den Nexus. Komm, mach die nieder, mach die. Oh, Schaden. Outer Limit? Ach, der Garry läuft hier hinten noch rum. Was? Der hat der Toni nicht gekriegt? Wow. 400. Ich geh halt. Ich geh halt. Ich geh halt. Ich hab euch alt. Ich hab mal am Fehl in der Woche ein. Komm, angeflogen. Ey, wir holt. Ich ziehe sie nicht aus meiner Linie, du Roden. Nein, ich will den fahren. Nehm ich ihn mit meinem W? Oh verdammt. Das Gute ist halt auch noch, wenn die unter 25 Leben haben, werden die Executed durch meine Orbs. Wie? Geht hier. Was heißt denn Executed? Executed Minions below. Moment. Ich meine Ul schmeißen. Ich will Assisten. Jawoll. 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 Und Drops ja nie. Ich slow sie. Ich slow sie. Ich weiß noch, in meinem ersten Araber hatte ich damals auch Jinx. Das war auch so schlimm ey, wir haben so weggerasiert. War nicht mehr feierlich. Ja auch. Bumm. Nein, das wird eh nicht. Bumm. Ja du lebst noch. Das ist doch ein Powerwin halt. Jetzt möchte ich aber einen Kiebefrag mit haben. Vielen Dank.